dem alter entsprechen und selber ja alles gut jetzt legt den neuen sumpf trocken oder ist ja cool wenn man das könnte wir haben schon wieder nacht fundamente ganz wichtig aber jetzt nicht alles muss aus ich war vorbei danke auch hier sind da und genau und ansonsten sehen die fundamente ganz gut okay alles gut also bis auf da aber der rest ist okay ja das ist jetzt repariert das sollte jetzt auch eine weile halten jetzt so ein dach drauf ist gut dann können wir uns hier mal ein bisschen durch und die kohle weg unter holz und so einmal der neue bogen was kosten der muss ich den bauen das hier da drüben edelholzbogen wir brauchen zehn kernholz edelholz zwei hirsch für autos kriegen wir ja locker hin ihn davon ihn davon bei davon wir gehen jetzt nämlich bauen aber man kann man doch sicher schon aufwerten edelholz kann als hirsch fett okay wir holen das ganze zeug nochmal und werden so lange auf bis nicht mehr geht er ist mir ein innerstes bedürfnis ich liebe büden stufe 4 kriegen wir den nicht den brauchen wir nicht den hammer kann man aufbauen wer ist das ist cool hallo malo na wie geht's und willkommen bei uns ich bin die gamer hexe und wir spielen hier gerade wahlheim so wir haben jetzt gerade und einen besseren bogen gebaut und da bin ich so stolz darauf oh freue ich mich dann können wir nämlich den anderen den hier können wir dann nämlich den ewigen jagdgründen erstmal überreichen und wir sind noch ein bisschen dabei uns vorzubereiten wir haben vorgestern mächtig verluste erlitten als wir im sumpf waren und müssen jetzt erstmal wieder materialien sammeln damit was beim nächsten durchlauf besser hinkriegen und schaffen und überhaupt entsprechend sind wir gerade am essen sammeln und materialien sammeln und alles am sammeln sammeln und ja jetzt haben wir es gerade dunkel dann können wir uns das mal ohne hinlegen so und ich wundern wegen dem kästchen da auf der linken seite das ist unsere sofa kämmen ja ich wir haben hier immer schönen blick auf unser sofa auf mein sofa mit etwas glück erhascht ihr auch mal eine katze was auch gerade mit wahlheim angefangen dann würde ich dir ganz viel spaß mir geht's gut letzte nacht ein bisschen blöd geschlafen war ja ja dem kater ging es nicht gut entsprechend er hat mir letzte nacht ans bett gekotzt muss heute noch die lagen wechsel das soll die letzte nacht nicht mehr machen ich hab da einfach alles weg gewischt so wie es ging und damit sich so lief hat dann einfach nur ja ein handtuch noch drüber und dann heute wird gewechselt weil ganz ehrlich mitten der nacht wechsel ich keine lagen wie kam in ari so und dann das ganze immer freilegen wenn ich immer noch stück was auch noch stück wieder eine menge steine oh ja 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 Ich versuch's ja, ich versuch's ja. Ich wurde nur gerade unterbrochen. So, weil das hier ist aber ein Stein ne, das ist hier nochmal was anderes, das ist ja kein Kupfer. Der Stein, der hindert mich aber gerade daran, hier den Boden abzufragen. Ich versuch. Vielen Dank, Meile, für deinen Follow. Aber wenn du glaubst, dass du von mir was lernst, dann lernst du von mir nur sterben. Es tut mir wirklich leid. Du bist so bei, wenn mir die jähren kacken. Ich hoffe nur, wir kommen aus der Grube wieder raus, wenn die Hacke im Eimer ist. Och nö, komm schon, das ist doch nicht dein verdammter Ernst hier. So, bitteschön. Wir bauen uns mal hier mal ganz kurz einen Leiter. Ja. Du musst ja auch wieder rauskommen. Oh. Sieht gut aus. Der muss auch gelernt sein. Das war. Das muss man ja auch nicht sehen, wie gut die sind. Vielleicht sind doch einig. Nachdem das fehlt. Das finde ich schön. B-Droid kann jeder. Ich merke schon, ich merke schon, dass eine Menge Kupfer. Meine Güte. Ich hab nur ein bisschen Angst, dass ich nicht mehr aus dem Loch hier rauskomme nachher. Hallo, Busch. Hallo, Busch. Ich will mit testen, damit man auch weiß, was man im aktuellen Moment schafft. Ja, da habt ihr absolut recht. Naja, mutigen lasse ich mir davon auch nicht. Es ist nur manchmal sehr frustrierend, so wie am Montag. Wenn man noch eigentlich weiterkommen will und man hat neue Materialien und man will die neue Materialien ausprobieren und da ist die Hacke im Eimer. Und dann kann man das aber nicht, weil dann halt alles kaputt gemacht wird. Das ist dann halt ein bisschen blöd. Mal schon mal hier sind. Und die oberste Devise ist hier sowieso. Spaß am Spielen. Alles klar, wir kriegen das hin. Ich möchte hier nur gerade so ein bisschen die Sicht mal, äh. Auch ne Kiefer. Große Kiefer. Ich möchte hier nur so ein bisschen mal die Sicht erhöhen, damit wir da sehen, wo unser Lager ist. Ja, das ist ein paar Notzenzellen und sehe ich, wie oft ich schon gestorben bin. Ich würde mit Stolz, ich verkünde mit Stolz, 97 Mal. Was haben wir im Spiel, ist keine Regeln, das ist ein Lifestyle. Uh, ja, sehr wohl. Da habt ihr recht. Ja gut, wenn man keine Spaß am Spielen hat, dann sollte man auch nicht spielen, das ist so richtig. Aber ich sag mal, es gibt ja auch Spiele, die sind wohl so frustrierend. Da schmeißt du freiwillig alles hin. So ein Spiel habe ich bisher noch nicht gesehen, noch nicht erlebt. Bin ich auch ganz froh drüber. Hallo. Ah, du warst von früher da, oder hatte ich vorhin einen Baum erwischt? Ja. Von mir Federn? Nee. Aber ein paar Kiefernzapfen, das ist gut. Die brauchen wir. Später. So, Steine weg, Herz, Holz weg, alles was wir nicht brauchen, weg. Mal reparieren. Da die Axt. Sehr gut. Debt bei der Hellheit bekommst du immer richtig Falten. Oh je, nee. Nee, danke. Ich meine, deswegen spiele ich auch keinen Horror, weil Horror macht mir keinen Spaß. Horror finde ich wirklich frustrierend. Und ich mag es halt auch nicht. Die meisten Sachen, die meisten Horrorsachen sind ja eh immer so auf Jumpscares ausgerichtet. Und da bin ich sowieso kein Fan von. Jumpscares sind wirklich billige Grusel-Effekte, finde ich. Deswegen mag ich auch viele, oder auch so Gruselfilme mag ich halt grundsätzlich nicht, weil die sind in der Regel nur eklig, nicht wirklich gruselig. Das mit dem in der Luft schweben wird, nix, hier ist Wasser. Und wenn ich mich gruseln will, da reichen auch schon ein paar Albträume, da hatte ich auch schon mehr als genug in meinem Leben. Das letzte Nacht wieder vom Krieg geträumt. Ich war irgendwie in meiner Wohnung, draußen war halt Land unter und so, ne. Und irgendwie ist eine streuende Katze, hat sich zu mir verirrt. Jetzt habe ich, in meinem Traum habe ich jetzt drei schwarze Katzen. Jumpscares. Und sowas macht dann halt, weißt du, wenn man sowieso schon... Wo sind eure Wurzeln, Leute? Und das geht immer weiter. Alter, wie groß ist dieses Vorkommen? Meine Güte. Und das fühlt sich hier nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Nebel. Hallo? Oh, ich schwimme. Ah! 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 Ah, was machen wir? Ah! 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 Koffer? Da ist noch mehr Koffer. Ähm... Ohohohooh! Ahahah! Ahahahahah! Ahahah! Der Bäume rutschen ja also einfach runter, okay. Dann können wir die hier jetzt auch fällen, hier. ich habe schon eben müssen wir essen machen alles klar dann viel spaß beim essen machen und ob man schönen tag heute dass das drei ultra schwer sein soll man am liebsten das game wieder dienst soll aber das habe ich nie wirklich habt ok nicht aus so ich muss sagen den alten ist es von stevens hier in die quatsch von dieser er ist schon der berühmte sauer autor kommt dieser ich hab's vergessen steve ging auf was klopfe ich hier rum ich habe auf den baum geklopft alle klar mit mit tim curry noch die verfilmung die war da ja auch wirklich zwei wochen paranoia geschoben stein ansonsten halte ich mich von hoher eigentlich meistens eher fern gut da kenne ich mich nicht so gut aus was auch immer gerne gemacht wird ist dann halt sehr viel gore sehr viele eingeweide sehr viel blut sehr viel wach meine freundin von mir hat mal so auf urban legends geschworen aber auch nur weil sie halt den einen schauspieler so toll fand muss ich sagen da gibt mir gar nichts alter wie groß ist dieses kommt das ja irre müssen wir jetzt eigentlich fast rum sein kann man auch kann man auch kann man auch hier kommt jetzt müssten wir uns ein stück weit hoch kommt das thema eingeweide macht hungrig naja dann lasst ihr schmecken wir sind nass wir sind nass wir sind nass 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 und vielleicht sollte man sich mal ein lagerfeuer bauen wäre vielleicht auch mal eine maßnahme jesu so und wir machen derweil mal weiter mit dem körper kloppen aber ja sonst nichts zu tun hier aber wir müssten bald rum sein da drüben ist noch ein stein da sind wir okay wir sind halt rum ja moin er wird trotzdem noch ordentlich viel da sind noch ein kupfer an die das ist an die das ist stein ich muss sagen dass kuppe haben sie echter hier hingestellt dargestellt dieses bunte was man von kupfer so kennt das war die falsche richtung liebe ich ja total ab angelaufenes kupfer hier ebenfalls wie geht es dir alles gut bei dir wir schwimmen wir schwimmen wir schwimmen und willkommen willkommen wir sind heute mal ein bisschen am steine kloppen wir wollen uns vorbereiten für für den sum und wenn wir das irgendwann noch mal schaffen wir werden einfach noch mal neues material besorgen und dann sehen wir zu dass wir den sum legen den kobolden welche kobolde sie grauzwerge machen hier gerade ein weniger probleme wir haben mittlerweile ein bisschen aufgerüstet ansonsten ja das lager haben heute noch überdacht damit uns das nicht dauern damit sich nicht dauernd reparieren muss ich das hallo wusste mir mal nicht den arsch in die kamera das machen dass wir sind hier nicht bei onlyfans ok wir sind hier bei twitch brennst du hier wäre eh nicht mehr rausgekommen das war eine schlachtung aber jetzt immer kobold ja auch naja wir sind kein problem müssen ich heute haben wir schon ganz andere gegner moment sind wir hier gerade am an wie sagt kupfer klopfen ich kann noch nicht mann was ist da los so ein bisschen kupfer aus wir bringen noch ganz viel bronze brauchen weil ich noch ja rüstung ausbauen möchte ich möchte dann die axt noch auf level 3 kriegen den bogen haben wir schon auf level 3 das ist schon mal gut denn später hätte ich auch gerne noch auf der höchsten stufe dass wir wirklich so gut vorbereitet sind dass wir dann uns dem sumpf noch mal vorne knöpfen können ja wir haben ja vorgestern da sämtliches material verloren deswegen müssen wir jetzt erstmal wieder sammeln ausruhen 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 es klappt sehr gut hallo tanne die rutscht mir gleich ist eine rolle tanne links in diesen leicht haben wir an der blöden tanne nicht vorbei ja gut erstmal was essen aus sauer höhen weiter steine klopfen vielleicht kommt die teier doch noch mal dankeschön du mein freund stehst mir ein klein wenig im weg mag zwar mag zwar holz aber wir haben heute unsere ersten eichen gefällt wir haben jetzt eichensetzlinge das ist so toll und die haben jeweils zwei eichen haben wir gefällt und die haben jeweils zwei samen fallen lassen ich freue mich total wir haben die auch schon alle angepflanzt ich freue mich schon wenn wir die dann auch er kann können wenn wir hier weitermachen ach ist es schön wir müssen doch bald rum sein hier aber ja ich bin mal sehr gespannt ob wir beim nächsten durchlauf den sumpf dann mal ein bisschen weiter schaffen dass wir zumindest ein portal errichten können das wäre das wäre ganz toll ja gut ja gut wir müssen ihr schon gerne wo schwimmen sie sind auf stufe 8 ja komm dann schwimmen mal ein bisschen ein bisschen mehr vielleicht sollten wir doch in die richtigen rahmen ziehen dass wir hier dann wirklich ein bisschen schwimmübung machen können ich habe schon überlegt vorhin so von wegen vielleicht sollte man sich mal einen swimmingpool bauen damit man schwimmen gibt wäre eigentlich ganz witzig oder in den kohlen wahlheim hat das überhaupt schon mal irgendjemand gemacht bestimmt die idee ist wahrscheinlich nicht neu hallo ich möchte aus dem loch raus danke wir sind fast rum ich bin so doof und springen nicht ja gut was los mit oh stimmt hast du recht hast du recht ich wurde gerade darauf hingewiesen dass zwölf uhr ist und die katzen möchten doch bitte gefüttert werden jetzt ich weiß ich weiß ich weiß es rutschig das ufer aber trotzdem es ist ja schlimm mit dir so einmal hobsen hopp 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 so nur aber da ist unser lagerfeuer also ein bisschen trocknen